Weihnachten, Heiligabend Und die Adventszeit in diesem Jahr war auch anders, als man es gewohnt war. Bei den meisten Menschen war keine Freude. Im Gegenteil, es war immer wieder ein Klagen und Jammern zu hören. Woran es lag? Nun, die meisten Menschen kamen und kommen nicht klar mit der Situation der Pandemie. Ratlosigkeit, Ängste und Sorgen bedrücken die Menschen. Und doch haben wir nun das Weihnachtsfest, was wir eben anders feiern. Denn viele Menschen können ihre Familienangehörige nicht treffen. Das ist schon bedrückend und macht traurig. All diesen Menschen möchte ich die Hoffnung geben, dass alles wieder besser wird. All diesen Menschen schicke ich göttliche Energie. Denkt daran, ich, Derea, bin für euch da. Ruft mich an und ihr werdet diese Energie spüren, die ich euch, dir, geben werde. Ich möchte, dass trotz allem diese Weihnachtstage für euch eine besinnliche und schöne Zeit ist. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke für euer Vertrauen und eure Treue. Danke für die vielen Bestätigungen meiner Aussagen und Prophezeiungen. Das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit und ich werde auch weiterhin für euch da sein. Eine harmonische, zauberhafte und lichtvolle Weihnacht wünsche ich euch. Eure Derea Das erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit und Derea